I walked into the room dripping in gold Servus Leute, Alomo hier und willkommen aus der Königswacht zu einem Video, zu einem von neun Videos zu den Totengeistern in The Taken King. Denn hier in der Königswacht befindet sich einer und zwar in der Mission, das herrschende Haus. Das heißt, ihr müsst dazu die Mission starten, ihr müsst hier so ein bisschen aufräumen, wenn ihr hier ankommt. Und sobald ihr das dann gemacht habt und es hier so aussieht, dann springt ihr hier hoch, guckt auf dieses Fenster, springt da rein und alle hopp. Da lauert unser kleiner Freund Totengeist Wiederbeleben, Toter Geist Exo 3, damit freigeschaltet. Und ja, das war einer von neun Totengeistern aus The Taken King. Weitere werden folgen, ich hoffe es hat euch gefallen und in diesem Sinne, haut rein, euer Alomo.